Alter, das ist ja richtig kranker Scheiß. Ach du Scheiße, Digga, was ist das denn? Gibt es hier auch sowas, das wird auch wieder zensiert. Gangbang at the Pool 3. Oh, die Küche ist... Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn? Warte, das hier ist ein Durchgang. Ich kletter mal da runter, ne? Umgehen? Oh, da kommt ein Auto, warte, warte. Von der Seite. Oh Mann, ey, Digga, ist das ein Scheiß. Jo, danke. Oh, fuck. Oh, fuck. da ist ein fenster offen so erstmal anti sagen let's go so moin freunde willkommen zurück zur lost place tour wir sind heute in so einem verlassenen wohnhaus unten im wohnwagen ich hab was entdeckt was hast du entdeckt ich glaube ja die fühle mich besser nicht hier ok schau dir das bloß nicht zu lange an nicht dass dir das noch gefällt so wir müssen erstmal noch einen eingang finden ist das hier die tür die offene schaut so aus ne alter ist das denn hier so verwurrt ja dann durchs fenster war ja vielleicht ist da was so der onkel ist auch wieder am start wie immer let's go durch nur hier kommst du auch nicht durch die garage ist ein bisschen rumpelig paar stühle ja da müssen wir wohl klettern war oh mann ich sehe noch ein durchgang irgendwo muss ich weiß aber das ist noch eine tür die schaut mir offen aus relativ siehst du wohl so einmal die taschenlampe auspacken also das kann ich nicht füllen was ist das ach du scheiße das ist ein brief was steht da ich habe keine ahnung liest es mal vor alter ich versuche das mal vorzulesen ich kann diese schrift einfach nicht lesen hallo alter dicker ach du scheiße ich kann das nicht zeigen alter das ist ja richtig kranker scheiß das ist ja kranker scheiß ich filme einmal drüber weil ich zensiere es also ist das ein kranker scheiß oh mein gott digga ach du scheiße das ist ein kranker scheiß also was habe ich da gerade gesehen ich muss das wieder aus meinem kopf löschen ist das denn hier stall klar sogar noch mit stützrädern wäre doch ideal für dich warum liegt hier ja ein bisschen müll am start hier eine waschküche das riecht nicht so angenehm hier also diese spinnenweben die sind ja schon komplett schwarz alter die hängen hier bestimmt schon ein paar jahrzehnte was das man waschmaschine ist auch schon ein bisschen schrott eine go renne so wir gehen nach oben hier hat ein vögelchen gewohnt hast du euch türe bitte leise schließen wichtig und richtig also gehen wir mal davon aus dass dieses hier ein haus war räume vermietet wurden kann sein wir müssen ja mehrere menschen mehr partei das kann gut sein das kann gut sein ist die fahreinrichtung fahren ok dann mal gucken was lass uns mal gucken oh digger ich kann schon wieder direkt zensieren wo geht es bei dir auch hier auch oh man ey ich habe keinen bock das alles zu zensieren alter das ist ja alles voll damit eine kassette von was von sony das ist auch noch der alte fernseher also hier wurde sich so irgendwie etwas reingezogen so ein filmchen das bild alles gut kann man das film so was finden wir hier in massen genau ohne bekleidung und ja in sehr 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 heftiger form schon gesehen habe ich hab's jetzt ich muss das zensieren das ist heftig da bist du sofort für gesperrt ich weiß wie der hieß äh nicht den film sag einfach seinen vornamen besser nicht irgendeiner hier alter so ein dildo darf ich aber filmen ach du scheiße digger was ist das denn digger alter guck dir das mal an junge digger hast du ein kauknochen für den hund oder nicht alter kauknochen für den hund quietscht der nein ne ooo digger ja das wird lustig ja das wird lustig ja ich kann hier einfach das ganze haus gefühlt zensieren ja 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 hier sind noch schöne urlaubsbilder mal normale bilder ist das heftig hier so und nächster raum der geruch hier ist ja abartig ja also hier ist alles voll mit irgendwelchen medikamenten oder so keine ahnung was da hinten ist irgendwas stinkt hier gewaltig ne ich geh mal ein schrittchen weiter oh freunde das könnt ihr euch nicht ausmalen irgendwelche puppenspiele alter hier liegen handschellen digger hier liegen handschellen aber es ist nur so plastik ja es ist ja gespielt das ist ja hier so relativ harmlos ja hier geht's hier geht's hier fangen wieder die kataloge an ich filme es jetzt mal nicht was haben wir hier ich keine ahnung ich bin kein doktor franz brandwein also was die damit gemacht haben Fußpilzspray also keine ahnung ja alter hier so ne kamera ne uralte so ne knipskamera also ich weiß nicht wie ich das hier alles zensieren soll weil hier ist schon wieder sowas unter mir ich filme jetzt einfach nicht unter mir kataloge mit nackten frauen ja hier habe ich Reisefesten gefunden hier ist natürlich auch wieder ein entsprechendes Material also hier kann man hier 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 war ein Sammler am Start naja jeder sammelt so das was er für richtig hält du kannst die Reise besser machen mach mal tut mir leid ich werde euch das hier alles zensieren hier haben wir Familienfotos von ein paar Personen schien eine ganz normale vernünftige Familie zu sein hier Kinder ja das sieht ja Familie halt so normal aus ne muss ich meine Familiefotos und dann äh gibt es ja auch sowas das wird auch wieder zensiert gangbang at the pool 3 so hier haben wir die Küche also hier haben auch definitiv Kinder mit und jemand stand auf Simpsons der Handtücher ne ganz normale Standardküche ja hat er jemand hingekackt ja ach das ist ein Geh hat da jemand hingekackt ja der Kühlschrank geht schön von der anderen Seite aus dass du schön zur Kacke musst ja na gut dann gehts ja einfach in die Ecke gekackt so ab gehts in die nächste Etage hier haben wir wieder so ein paar Fotoapparate am Start äh hier gehts glaub ich nicht so viel weiter äh ne ne Kammer hier ja so ja was haben wir denn hier soll die gelagern die 5er wenn du lieber so eine Oliven wächst nächst ach die ist erst seit 2022 abgelaufen ja 5er jo gemeier ist ja noch schmackfatz und zwar familienfotos mit Katzen ne das schien hier eine normale Familie gewesen zu sein ach ja hier haben wir ein Esszimmer oder ein Wohnzimmer wenn mich nicht alles täuscht ja ja schöne alte Möblierung guck oh die Küche ist uuuh 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 Alter was ist das denn was liegt da auf dem Mülleimer ist das tot uuuh boah was ist das denn was ist das denn mein im 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 Bis zum nächsten Mal.